In Folge 17 Adoration treffen sich Zoe und Marinette in Marinettes Wohnung, um die große Jahresendparty vorzubereiten. Während dieses Treffens wurde gezeigt, dass Zoe zum ersten Mal in Marinettes Zimmer war. Das ist jedoch gelogen. Denn in der Folge der Collector kehrt zurück aus Staffel 4 war Zoe einer der Freundinnen, die auf Marinette in ihrem Zimmer warteten. Dies ist einer der größten Fehler in Miraculous Ladybug bis jetzt. Was meint ihr dazu?